In diesem Video will ich dir eine Aktie vorstellen, die im neuen Jahr das Potenzial hat, richtig durch die Decke zu gehen. Zumindest wenn sie sich weiter so entwickelt wie in den letzten vier Jahren. Da ist der Aktienkurs um sage und schreibe 390% gestiegen. Um welche Aktie es sich handelt, das zeige ich dir nach dem Intro. Hallo, mein Name ist Thomas Bles und ich bin seit 15 Jahren als Trader und Investor aktiv. Inzwischen bin ich nachhaltig erfolgreich und will durch meinen Kanal und meine Online-Kurse helfen, dass du das auch schaffst. Lass mich zunächst kurz erklären, wie ich auf diese Aktie überhaupt aufmerksam geworden bin. Ich nutze für meine Recherchen die Aktien-Screener von TraderFox. Hier ganz speziell habe ich nach dem Faktor Growth Aktien gesucht, die ein hohes Wachstum bei Gewinn und Umsatz vorweisen. Und so bin ich auf diese Aktie aufmerksam geworden. Es geht um Arista Networks mit Sitz in Kalifornien. Arista ist ein führendes Unternehmen in der Netzwerkbranche und macht rund 4,5 Milliarden Dollar Umsatz. Es ist spezialisiert auf hochleistungsfähige Netzwerklösungen für große Rechenzentrums- und Cloud-Computing-Umgebungen. Das Hauptgeschäft von Arista besteht darin, Netzwerk, Hard- und Software zu verkaufen, die die Effizienz, Verwaltbarkeit und Sicherheit von Datenzentren verbessern soll. Welche Argumente sprechen nun für ein weiteres Wachstum dieses Unternehmens und für weiteres Wachstum der Aktie? Einmal besteht eine steigende Nachfrage nach Cloud-Diensten. Dann setzt Arista auf eine kontinuierliche Innovation, um weiter wettbewerbsfähig zu bleiben. Arista gewinnt neue Kunden in wachsenden Märkten wie dem Internet der Dinge und künstlicher Intelligenz. Außerdem hat es zahlreiche strategische Partnerschaften mit großen Cloud-Anbietern und Technologieunternehmen, die weiteres großes Potenzial versprechen. Lass uns ganz kurz eine Stärken-Schwächen-Analyse vornehmen, wenn wir uns Arista anschauen. Zu den Stärken gehört die technologische Führerschaft in der Netzwerkbranche mit einem starken Markenruf, also mit einer starken Markenreputation und einer großen und starken Kundenbasis. Zu den Schwächen gehört allerdings auch die Abhängigkeit von wenigen großen Kunden und ein hoher Wettbewerbsdruck in der Branche. Als Chance kann man sehen, das Wachstum des Cloud-Computings und der Datenverarbeitungsmärkte allgemein und natürlich die Möglichkeit der Erweiterung des Produktportfolios und auch durch das Erschließen neuer Märkte von Arista. Als Bedrohung kann man den intensiven Wettbewerb sehen in dieser Branche und natürlich die Möglichkeit oder Aussicht, dass sich schnelllebige Technologieänderungen ergeben können. Wenn wir uns jetzt hier mal so die Hauptfinanzkennzahlen anschauen, gerade hier, wenn wir uns den Wachstumscheck von TraderFox mal anschauen, da erreicht Arista 14 von 15 möglichen Punkten. Wir hatten ja gescreent nach einem möglichst starken Umsatz- und Gewinnwachstum und diese Kennzahlen sind hier eindeutig erfüllt. Guck sie dir in Ruhe an, du kannst das Video anhalten. Wenn wir jetzt hier den Qualitätscheck mal anschauen, auch da kommt das Unternehmen auf 12 von 15 Punkten, ist finanziell sehr gut aufgestellt, starkes Wachstum, starke Eigenkapitalrendite und auch eine relativ geringe Volatilität. Einen kleinen Abstrich muss man vornehmen, wenn man sich den Piotrowski F-Score anguckt, der die finanziellen Kennzahlen unter die Lupe nimmt. Hier ist als negativ angemerkt, dass das Unternehmen weniger Cashflow als Gewinn gemacht hat im letzten Jahr. Das muss aber nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen sein. Das kann einfach heißen, dass investiert wurde oder dass bestimmter Umsatz noch nicht als Gewinn verbucht wurde, weil das Geld noch nicht im Unternehmen angekommen ist. Insofern, sechs von neun Punkten sind hier schon äußerst positiv zu werten. Gehen wir jetzt in eine etwas oberflächliche Chartanalyse, um mal zu schauen, welches Kurspotenzial aus meiner Sicht für 2024 hier vorhanden sein könnte. Das hier ist der Wochenchart von Arista Networks aus April, Mai 2020, also ungefähr dreieinhalb Jahre im Wochenverlauf. Du siehst hier einen stark ansteigenden Trend. Und wenn wir uns jetzt hier einen Regressionskanal mal einzeichnen, das ist eine Kursentwicklung über den Zeitverlauf hinweg mit einer Standardabweichung von zwei, also mit der doppelten Standardabweichung. Ich bin kein Statistiker, aber ich erkläre es dir jetzt in meinen eigenen Worten. Wir sehen hier ein Verhältnis zwischen der Kursentwicklung und der Stärke der Kursentwicklung im Zeitverlauf. Und wenn wir jetzt hier einen Tiefpunkt mal anlegen, im Mitte Mai oder Juni 2022 bis zum letzten Aktienkurs 2023, dann sehen wir hier diesen Kanal, innerhalb dessen sich die Kursbewegungen vollziehen. Der hat einen sogenannten Bestimmtheitswert, ein Bestimmtheitsmaß von 0,93. Das ist sehr, sehr gut. Das heißt, dieser Kanal umfasst im Prinzip fast alle Kursbewegungen dieses Zeitraums. Und wenn wir diesen Kanal jetzt mal mit einer Zielprojektion versehen, einfach in die Zukunft verlängern, dann würden wir am Ende des Jahres 2024, wenn sich der Kurs weiter in diesem Kanal bewegen sollte, wie ich es hier mal mit den Pfeilen darstelle, dann sollten wir am Ende des Jahres bei ungefähr 312 Dollar landen. Das ist natürlich nur eine Projektion anhand eines einzigen technischen Tools, aber so kann man zumindest eine Idee davon bekommen, wenn sich Arista weiter positiv entwickeln sollte, wohin der Kurs und wohin die Reise im nächsten Jahr gehen könnte. Das soll natürlich nur eine erste Idee sein, wie man auf eine mögliche Kursentwicklung kommen kann. Du solltest das immer kombinieren mit weiteren technischen Indikatoren deiner Wahl. Hinterlass mir gerne in der Videobeschreibung mal deine Auswahl der Indikatoren, die du benutzt, um Kursentwicklungen zu projizieren. Und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, denn das hilft mir bei der Weiterentwicklung solcher Videos. Vielen Dank! Vielen Dank!